Yo Leute was geht ab ich bin es wieder mit einem erneuten Video und ja heute mal wieder alleine weil niemand mit mir zocken kann. Vortex Games gibt keine Zeit mehr und alles mögliche und die PS4 ist jetzt auch weg. Die PS4 ist weg deswegen kann er nicht mit mir spielen und daher musste ich wieder alleine spielen. Ja wir werden hier jetzt einfach mal gucken und nicht zu dem Wüstenort gehen da dort zu viele Leute sind. Double Pump kann man auch nicht mehr spielen. Das ist so ein Kack, Alter. Ich weiß nicht warum die das rausgenommen haben, aber egal. So. Ein Big. Einen schönen Big haben wir hier. Ja man da sind sie. So, komm. Hier war doch grad vorhin noch irgendjemand Was mir jetzt auch egal Oh ok rein ins Getrimer Jetzt mann alter So, hier noch schöne Minis hier mitnehmen und Kanaden, das kann man auch mitnehmen. Ey, dieses Spiel leckt so rum. Alter. Jetzt auf einmal geht's. Schön. Da unten ist zwar offen, aber Leute, scheißegal drauf. Wir könnten trotzdem nochmal hier runter und Bäume fällen. So viel Zeug habe ich jetzt auch nicht. Oh nein. So. 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 Das war's für heute. Okay, wird schon gelootet. Oh mein Gott, Leute. Also, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr, wie soll ich das sagen, mehr Vlogs von mir sehen wollt. Oder mehr Fortnite, also mehr Gaming-Videos. Ich mach auch vielleicht noch GTA oder FIFA und so und so. Und BO3. Ja, moin. Das war's. Na gut, endlich. So. Wir kommen jetzt ab nach oben. Wir haben jetzt genügend Material. Oh. Ich hab da hinten jemanden gesehen. So, ich würd mal sagen. Nein. Nein, komm zurück. Komm her. Ey. Wo ist da hin? Alter, nee. Jetzt mal ganz im Ernst. Wo ist da hin? Ey, Mann, ich hab den so angehebt. Und dann fässt ich da arg und pisse alle kleine Pisser hier weg. Komm sofort hierher, Alter. Da, da. Yes, Mann, wir haben ihn. Wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Yes, Mann, du Hunde. Was hat der hier gedacht, Alter? Was der hier tragen kann. Yes, endlich. So, was geht, Alter? Wo? Ja, Mann. Ah, ich bin zurück. Oh. Das war noch mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist knapp, Alter. Aber der hat Schaden kassiert, glaube ich. Oder kann man überhaupt davon noch sterben? Ich glaube nicht, Alter. Komm, gib mir die Waffe hier. Ähm, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Holz hier haben. Oh mein Gott. Von wo? Komm, wieder von da. Oh mein Gott, Leute, Alter. Wieder dieser scheiß Triada Skin, Mann. Ehrlich, Alter. Egal, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.